Sehr verehrte Damen und Herren, am 23.11.1920 trafen sich die Spitzen von Politik und Wissenschaft zu einem parlamentarischen Abend im Plenarsaal des Reichstags. Der Einladung des Reichsinnenministers Koch-Weser waren unter anderem Reichskanzler Fehrenbach und Reichspräsident Ebert sowie weite Teile des Kabinetts und Entscheidungsträger aus Forschung und Wirtschaft gefolgt. Dieser Gründung vorausgegangen war der Zusammenschluss von großindustriellen Bankdirektoren und Kaufleuten in Form des Stifterverbandes der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. In dramatischen Appellen hatte dieser das deutsche Wirtschaftsleben zu umfassenden Spenden zugunsten einer freien Forschung aufgerufen. Groß war in der Tat die Not dieser Wissenschaft, deren desaströse Lage geprägt war von massiver Geldentwertung und den Entbehrungen der Nachkriegszeit. Noch größer waren allerdings die Sympathien, die sie genoss, auch bei den Eliten aus Wirtschaft und Politik und die Solidarität, die sie erfuhr, selbst aus dem Ausland und bis ins ferne Japan. So gesehen ist die historische Stunde, in der sie ihren vormaligen Weltrang einbüßte und ihre Produktivität gänzlich zum Erliegen kam, zugleich jener Moment, in der die gesellschaftliche Integrationskraft der Wissenschaft am hellsten strahlte. Geradezu vorbildlich sind die Gründungszusammenhänge der Notgemeinschaft deswegen, weil sie einem Engagement entspringen, das in großer gedanklicher Freiheit System- und Ländergrenzen überschreitet und zugleich von der Kraft der parlamentarischen Demokratie getragen wird. Diese vielversprechenden Anfänge endeten gleichzeitig mit der Weimarer Demokratie, als die wissenschaftliche Selbstverwaltung in den 1930er Jahren, übrigens auch aus eigenem Antrieb, unumwundenem Rassismus und einem Pathos radikaler Sachlichkeit folgen sollte und sich zu einer kalten, menschenfernen Wissenschaft formierte. Seit diesem Fall in national-völkisches Denken mitsamt verbrecherischer Auswüchse ist die nach 1945 neu gegründete deutsche Forschungsgemeinschaft humanistischen und demokratischen Werten in ganz besonderem Maße verpflichtet. Sei es aus eigener historischer Erfahrung, sei es im zeitgenössischen internationalen Vergleich, es ist überaus beachtlich, was an jenem parlamentarischen Abend vor 100 Jahren geschah und den Grundstein legte für ein außergewöhnliches Vertrauensverhältnis zwischen Politik und Wissenschaft, wurzelnd im gemeinsamen Wert freier und unabhängiger Forschung. Umso erstaunlicher mag dies erscheinen, als auch an jenem Abend vonseiten der Wissenschaft nicht etwa glanzvolle Zukunftsversprechungen schalten, sondern eher zurückhaltend auf die Eigendynamiken der Forschung verwiesen wurde. Versehen mit dem Hinweis, dass nicht zuletzt dank dieser Forschung die sich rasant ausbreitende Fleckfieber-Epidemie nahezu besiegt worden sei. Die Parallelen zu heute sind weder zufällig noch selbstverständlich, denn noch immer ermöglicht politisches Vertrauen in eine freie Forschung und deren auskömmliche Finanzierung gerade jenen Wissensspeicher zu generieren, auf den im Fall akuter Krisen zurückgegriffen werden kann, um schnelle Lösungen bereitzustellen. So ist beispielsweise unser heutiges Wissen um Coronaviren und die Fähigkeit, entsprechende Impfstoffe zu entwickeln, das Resultat jahrelanger freier Forschung, gefördert durch die DFG und getragen vom Vertrauen des Parlaments, für das ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen möchte. Mögen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft ihr vertrauensvolles Zusammenwirken fortsetzen, so wie sie es vor einem Jahrhundert begonnen haben, und weiterhin kommenden Herausforderungen mit Zuversicht begegnen.